Willkommen zum zweiten Basic-Video des Lernzyklus Gleichungen lösen mit Äquivalenzumformungen. Hier spricht wieder Philipp. Im letzten Video haben wir bereits Gleichungen gelöst, indem wir mehrere Äquivalenzumformungen durchgeführt haben. Jetzt ziehen wir uns Gleichungen an, bei denen wir zunächst noch einiges vereinfachen, also zusammenfassen können. Ich zeige dir mit der ersten Aufgabe, was ich damit meine. Die Gleichung lautet 2 mal x plus x ist gleich 8 plus 13. Sehen wir uns an, in welchen Ausdrücken ein x vorkommt und welche Ausdrücke nur aus Zahlen bestehen. Ich habe hier die Ausdrücke, in denen ein x vorkommt, mit blau gekennzeichnet und die Ausdrücke, die nur aus Zahlen bestehen, gelb. Bevor wir mit den Äquivalenzumformungen beginnen, können wir die Ausdrücke mit x und die Zahlen, die auf derselben Seite einer Gleichung stehen, vereinfachen. Auf der linken Seite steht 2x plus x, also 2x plus 1x. Das ergibt 3x. Auf der rechten Seite können wir auch zusammenfassen, indem wir 8 plus 13 berechnen. Das ergibt 21. Jetzt sind wir bei einer Gleichung angelangt, die wir schon lösen können. 3 mal x ist gleich 21. Wir dividieren durch 3, um den Wert von einem x zu erhalten. Diese Äquivalenzumformung führen wir wie immer auf beiden Seiten durch. 3x dividiert durch 3 ergibt x. Und 21 dividiert durch 3 ergibt 7. Und wir haben die Gleichung gelöst. x ist gleich 7. Hier kommt Aufgabe 2, die auf den ersten Blick ziemlich kompliziert aussieht. Lösen wir sie gemeinsam. Sehen wir wieder nach, welche Ausdrücke x enthalten und welche nur aus Zahlen bestehen. Ich habe wieder alle Ausdrücke, die x enthalten, blau markiert und alle Ausdrücke, die nur aus Zahlen bestehen, gelb. Bevor wir die Ausdrücke zusammenfassen, können wir sie ordnen. Also auf jeder Seite zuerst alle Ausdrücke, die x enthalten und danach alle Zahlen. Das sieht so aus. Ich habe also noch nichts außer der Reihenfolge geändert. Wichtig ist, dass wir dabei auch die Vorzeichen berücksichtigen und bei den x-Ausdrücken oder Zahlen dabei lassen. Jetzt können wir auf der linken Seite alle x, also alle blau markierten Ausdrücke, zusammenrechnen. Die gelb markierten Zahlen auf der linken Seite fassen wir ebenfalls zusammen. Das machen wir jetzt auch auf der rechten Seite. Beginnen wir mit den blau markierten Ausdrücken, die x enthalten. 5x minus x ist gleich 4x. Und jetzt noch die Zahlen auf der rechten Seite. 8 plus 2 ist gleich 10. Ich lasse diese Folie noch einen Moment eingeblendet. Sieh dir noch einmal an, wie wir vorgegangen sind. Zuerst haben wir die Ausdrücke geordnet und anschließend alle Ausdrücke mit x zusammengefasst und alle Zahlen zusammengerechnet. Jetzt machen wir weiter wie gewohnt. Wir wollen, dass auf einer Seite nur Ausdrücke mit x bleiben und auf der anderen Seite nur Zahlen. Um auf der linken Seite die plus 9 aufzulösen, rechnen wir auf beiden Seiten minus 9. Auf der linken Seite bleibt dann nur mehr 5x übrig. Auf der rechten Seite berechnen wir 10 minus 9 ist gleich 1. Auf der rechten Seite wollen wir jetzt noch die 4x auflösen, damit nur mehr ein Ausdruck ohne x übrig bleibt, also eine Zahl. Um die 4x aufzulösen, rechnen wir auf beiden Seiten minus 4x. Auf der linken Seite ziehen wir von 5x 4x ab und es bleibt 1x übrig. Auf der rechten Seite bleibt, wie wir das wollten, nur mehr 1 übrig. Und wir haben die Lösung der Gleichung bestimmt. x ist gleich 1. Fassen wir noch einmal zusammen, wie wir jetzt vorgegangen sind. Zuerst haben wir die Ausdrücke auf beiden Seiten der Gleichung geordnet. Im nächsten Schritt haben wir alle Ausdrücke, die x enthalten haben, zusammengerechnet und alle anderen, also alle Zahlen, ebenfalls. Danach haben wir die Gleichung mit Äquivalenzumformungen umgeformt und so die Gleichung gelöst. Sehen wir uns noch ein Beispiel an und folgen wieder diesen Schritten. Gegeben ist die Gleichung x plus 2 minus 3x ist gleich 11 plus 1. Als erstes ordnen wir die Ausdrücke. Dazu markiere ich wieder die Ausdrücke. Auf der rechten Seite brauchen wir nichts ordnen, denn hier stehen ohnehin nur Zahlen. Auf der linken Seite vertauschen wir plus 2 und minus 3x. Jetzt fassen wir auf der linken Seite die x zusammen und auf der rechten Seite die Zahlen. Ziehen wir von einem x 3x ab, erhalten wir minus 2x. Das können wir uns so vorstellen, als hätte es zuerst 1 Grad und wird dann um 3 Grad kälter. Dann hat es minus 2 Grad. Die plus 2 auf der linken Seite lassen wir unverändert. Auf der rechten Seite fassen wir die Zahlen zusammen. Wir berechnen 11 plus 1 ist gleich 12. Wir haben jetzt fertig zusammengefasst und können die Gleichung mit Äquivalenzumformungen lösen. Was jetzt kommt, kennst du bereits aus dem letzten Video. Auf der rechten Seite steht nur eine Zahl. Auf der linken Seite stehen gerade noch zwei Ausdrücke, eine Zahl und ein Ausdruck, der x enthält. Damit auf der linken Seite nur mehr minus 2x übrig bleibt, führen wir unsere erste Äquivalenzumformung durch. Wie lautet diese? Richtig, minus 2. Auf der linken Seite bleibt dann nur mehr minus 2x übrig. Auf der rechten Seite berechnen wir 12 minus 2 ist gleich 10. Wie fast immer dividieren wir als letzten Schritt durch die Zahl, die vor dem x steht. Würden wir lediglich durch 2 dividieren, bliebe auf der linken Seite noch minus x übrig. Wir können das Vorzeichen gleich berücksichtigen und gleich durch minus 2 dividieren, um x zu erhalten. Auf der linken Seite bleibt nun also x übrig. Und auf der rechten Seite dividieren wir 10 durch minus 2. Das ergibt minus 5. Und wir haben die Gleichung gelöst. Wie du siehst, kann die Lösung auch eine negative Zahl sein. In unserem Fall x ist gleich minus 5. Kannst du dich noch an diese Gleichung erinnern? Im nächsten Video, dem Mastery, ist es soweit. Wir lösen Gleichungen, in denen Klammern vorkommen. Hier geht's zum Mastery.